Holla, dieser Auftritt von Lilly Schweiger lässt staunen, denn hier zeigt die 20-Jährige, was sie hat. Mit roten Lippen, einem knappen Kleid und schwarzen High Heels präsentiert sie ihren Megakörper. Bei dem Mont Blanc Travel Event in Berlin wird klar, die Tochter von Til Schweiger ist mittlerweile richtig erwachsen geworden. Lilly posiert begeistert für die Fotografen und wirkt dabei richtig professionell. Bereits auf vorangegangenen Events zeigt sie gerne ihren tollen Körper, figurbetonte Outfits und auffälliges Make-up scheinen der Schönheit zu gefallen. Die 20-Jährige kommt mit ihrem Aussehen ganz nach ihrer schönen Mutter Dana Schweiger. Die Ähnlichkeit der beiden Frauen ist wirklich nicht zu leugnen. Doch auch ihre große Schwester Luna scheint ein Vorbild in Sachen Kleidung zu sein, denn diese hat sich auf einer Veranstaltung Anfang des Jahres in einem ähnlichen Look präsentiert. Bei dem Mont Blanc Event sind neben Lilly Schweiger auch Promigrößen wie Jürgen Vogel vertreten. Die schöne Tochter von Til Schweiger scheint sich in diesem Umfeld auf jeden Fall pudelwohl zu fühlen.